Okay, wir wissen nicht, was uns bei der Brücke erwartet. Also Augen auf! Könnte hartig werden, den Rückzug sich zu sichern. Verstanden, Deggabon. Wir sind für alles bereit. Okay, wir schnappen uns den Kerl und dann heimwärts. Bravo Two, wir kommen über die Brücke. Five's and Twenty-Five scannt weiter. Verstanden, scannt. Okay, Marlow. Schießt mit dem MG auf alles, was sich bewegt. Jede Menge Schut auf der Straße, wohlbehilfsmähen. Wir können nichts riskieren, müssen langsam vorgehen. Hinterhalt! Panzerbeust auf den Klippen! Weg uns von der Scheiße! Los, los, los! Ich mach so schnell ich kann! Heilige Scheiße hier, wie willst du von Arschlücker? Noch schneller und hier ist es erledigt! Lassen Sie uns den Kugelmachbieten, wir sind hier überall, verdammte Kacke! Nach der Panzerbeust auf den Klippen! Wir haben keine Munition mehr! Gebt weiter Feuerschutz und bringt uns endlich hier weg! Nach der Panzerbeust auf uns zu! Hintern! Olof! Er ist in der Nähe! Mann! Da kommen die Menge Ziele über dem Fluss! Wacht schon! Los! 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 Der Gegenteil macht uns! Alles sauber! Zieh uns zurück! Verdammt! Schiff! Die Bärze gerade voll geraten! Was ist das? Wurden die Tudung! Bring uns hier raus! Pitbull, hier Dagger 2-2. Wir sind im Tunnel und schicken euch J-Dam-Pakete zur Unterstützung der Pummelkampen. Dann lasst mich in Dürfen noch hin. Verstanden, Dagger 2-2. Eagle Six ist unterwegs und in zehn bei euch. Ich warte gern auf ein Feuerwerk. Schöner als der Beste, du da! Dann mal los, Leute! Verstanden, Lima Charlie! Bmd auf zwei Uhr! Ich bin in Dagger, ich bin in Dagger 1. Ja, so geht's! Weiter soll ja! Hey, ich bin in Dagger 1! Was ist denn? 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 Die Russen, Martial. Das ist ein Abfluss-Tunnel. Das ist ein Abfluss. Das ist ein Abfluss. Danke. Erschießen, wenn er sich bewegt. Immer die gleiche Nummer. Wie bitte? Sie sagten, erschießen, wenn er sich bewegt. Aber das werden Sie nicht. Sie sollten der Wahrheit ins Auge sehen. Die Wahrheit ist, wir sind die mit den Waffen. Sarge, das ist deine Ladeliste. Von der Sangre del Toro. Wer hat sie geschickt? Ähm, wir sollten lieber bald aufbrechen. Heckmeyer schickt sie, richtig? Er ist wirklich gerissen. Das war ein cleverer Schachzug, mich hier zu fassen. Sarge! Schachzug. Er hat gut gespielt, dass er so weit gekommen ist. Und Sie auch. Das muss man Ihnen lassen. Hol zum Hank, er ist krass, put ihn hin! Vergiss ihn und beweg deinen Arsch! Scheiße! Küste meine Mutter mit diesem Mund! Ich bin stolz auf dich, Press! Hey, halt lieber meine Kippe für mich! Ich sitze auf dem Trocknen! Scheiße! Du durchgeknallter kleiner Ippie! Schuss weiter, kommt zur Rettung! Schuss weiter, kommt zur Rettung!